oder auch ob du das dann schon hinkriegen nein du musst doch nicht leben bleiben die objekte gehen dann andere personen durch warte ma warte ma Verdammt, wieso ich wieder hinschli- Muss unten stehen Irgendwie geht er nicht Ich komm nicht näher rein Oh Ja, ich hab auch ne Bestrafung, hab in die Hand Komm her Nein Oh doch Mal los Das, ok Cool, ich kann Vehiclesurfing Vehiclesurfing Ok So ist er gefallen Gewinkelt und BOOM Warte, warte Kannst du die Richter drauf stellen? Ja, ja, willst du auch? Moment Aber wie hält er sich denn fest? Ich muss drauf E drücken Der schlägt rein Achso Ok Ohoowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Sekunde Wir machen das mit dem Polizeiauto Das ist richtig Frühstücken Was, geht das auch? Wenn ich fahre mal Verstecken Ja Das ist aber schwer Das ist ja schwer Boah, 11 Sekunden Okay 30 Respekt Ist das schwieriger, wenn du Wenn ich rechts und links lenke? Okay Ich lenke mir nicht so viel Geht das noch so? Weil ich lenke grad nicht Ja Du auch? Hehehehe Die Dauner, ich glaub das hängt dann Dinge zusammen Wie gut du das machst Okay Weeeee Oh yeah Anstand ist schwieriger Du bist ja immer weg, verlaufen den Buller Du hast ja fast keine AP mehr Ach du mal Moment Wenn ich jetzt noch nicht aktiviere He Get the fuck out of here Fahre mal ein Stück Warte Warte Du bist noch nicht aktiviert Oh Gott Dann musst du ja Nee, du lässt ihn direkt sofort losfahren Du musst ein kleines Stück fahren und dann Alter Ich hol gleich mal einen anderen Anzug Du hast ja noch mal einen Anzug Du hast ja noch einen Anzug Ein Stückchen, ok Wuuuuh Hör auf mit dem Anstand Hör da auf Aouch Das hört irgendwann mal auf Ey Hör da richtig schwer Jop Du bist bestimmt fähig, Schlitte. Was ist denn jetzt los? Ups. Super, sind die weg. Jetzt sind wir wieder in der Arbeit, können wir auf die Morgenstern fangen. Keine Zeit. Was für? Okay. Eeeh, ist momentan 15 ohne Amerikaner? Keine Ahnung warum Mit Huprad wird die gleich auf E3 zeigen Achso Gute ganze Zeit über dem Handy Oh Oh Das ist eine schreckliche 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 Du schreckliche 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 Was du wissen über Art? Das ist die Wünter-Sisters-Originale Baut das in der Zeit, als ich und die Brüder alle leben und wir leben Wir sehen uns, wie wir sie wissen, dass wir über ihre Arbeit nehmen Ich glaube, dass das Geld wird sein Schreckliche 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 Ich glaube, nach der Mission gehe ich mal um Ich meine, wo sind wir hier? Kann man sich nicht umziehen, oder? Naja Alter Ich weiß nicht, was das bedeutet, ne? Na, wer will hier noch verbrückelt werden? Ja, ja Oh nein, nein, hör doch auf Alter Alter Muss ich mal berechnen, weißt du das? Ich bin da jetzt tot Dann lege ich es aber nicht hier dran Ach, und die schon Gehe Ich gebe euch die Stay down! Ah, da kriegst du Angst, ne? Ach ja! Hm, egal. Komm, steck rein! Kann man ja eigentlich keinen mitnehmen? Keine? Inwiefern? Ja, so wie in GTA. Klar. Wie? Ernsthaft? Warte, sag. Will ich jemanden mitnehmen? Hier, hier an der Straße so. Ach so, ne ne, da trankst du nicht. Leider. Was? Wo bist du denn? Äh, wo bin ich hier kennen? Watt, wo bist du? Ich hab so die Kanonen rausgeschleift. Okay. Okay. Alter. Wir sind immer im Radiosender. Oh, yeah. Hehehe, schießt in den Reifen. Was, mir? Okay, echt? Genau. Warte, hier gibt's einen Panzer. Ja. Moment, Melben. Siehst du heute auch? Was? Mit dem Auto? Äh, wie? Äh, äh, äh? Warte, warte mal. Alter. Sieht doch nicht, ob meine Fahrer hier rauswirkt. Ich kann nach Taxi fahren. Ich auch, oder? Ne, wo bin ich denn? Ich erstmal... Ich wollte schon mal eben kurz ein Bullen essen, aber geht grad schlecht. Wer schießt denn hier? Warte, wer schießt denn hier? Du, 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 du. Erstmal klassische Musik hier anschmeißen und ab geht die Party und die Party genau. Noch mal dabei sein, noch mal mitfahren. Was ist die Musik hier gemacht? Natürlich. Hm, nn, nn, nn. Oh, Moment, ist ja da drin schon. Äh, äh. So. Ich muss mich mal hier umziehen. Ich hoffe, ich werde dann passen. Okay, das ist da. Oh, yeah. Fertig. Ich glaube, so bleibe ich, das sieht cool aus. Oh, das sieht richtig geil aus. Oh, yeah. Der lockt sich nicht ein. Der wird bestimmt mal Passwort wieder haben. Aber, was ist denn da drin? Da drin ist ein Foto. Ein guter Kumpel. Ein guter Kumpel! Besorge die Ware. Richtig cool. Konntest du die einloggen? Ja. Okay. Hey. Nicht ja Genn 47 holen. Wie viel Geld hast du überhaupt? Ich weiß gar nicht warum ich einmal so viel bekommen hatte letztes Mal. Weiß ich auch nicht. Bleib mal stehen. Stell dich mal hier neben. Muss mich angucken. Also jetzt dran vorbeigucken so wie ich gucke in meine Richtung. Schönes Thumbnail. So. Ich bin da Genn 47. Noch ohne Strichcode. Ich bin da. 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 Häh? Was? Was hast du gemacht? Was? Destroy was? Was? Just try it. Just try it. Achso. Ich destroy it. Yes. Where'd I go? Hey, hey! You lost me! Kriegst du ein Foto? Ähm. Wahr. Ich hab die weggeschobst. Die will jetzt nicht mehr. Toll. I love this. Oh yeah. Sieht ja richtig cool aus als Agent. Himfilter-Strichcode. Weil der hat sich ja rausgeschnitten. Ziehst du dich nochmal um? Nein, wir wollten nur die Polizei weg. Jetzt haben wir die Dingens wieder. Das wurde schon gemacht. Ja, ja. Would you mind grabbing my ass? Lass ihn töten. Haha, da hab ich schon eine Mose hier festgegangen. Was ist denn der Muck hier? Oh Gott, was muss ich umschalten hier? Ja. Whee! Whee! It's called the steering wheel. Use it! Oh man, ich mach lange. Was? Unsere Lieblings-Aktivität. Äh... Äh... So. Die Katze. Wo ist das? Da. Die Katze. Die Katze. Die Katze. Die Katze. Oh nein. Das stimmt, Bobby. Es ist Zeit für eine andere Runde von Perpetual-Gankies, super-ethical-reality-Klimaten. So far, diese Katze hat sich ziemlich gut gemacht. Well, das wird die schlimmste Arena so far für die Katze. Mehr Raum, mehr Mascotten, mehr Trappen. Es ist eine B-Stall-Ride. Wenn jemand mit beiden Legen noch anziehen kann, ist es dieser Katze. Die Katze! 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 Oh Gott, der Dicke. Hä? Der leckt irgendwie, oder? Der hat sich irgendwie durch die Gegend geleckt. Oh. Scheiße. Kannst du bloß nicht töten, ne? Ja. Du kriegst ja keinen. Du bist gut. Alter, nein! Kommt der andere an? Ich hau den grad hier kaputt da und scheiße. Kommt denn der? Wie viel gibt's denn da vorhin? Ich fall auf einmal um. Das war bei mir aus. Das ist richtig, Bobby. Es ist Zeit für eine andere Runde. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Super ethische Realität Climax. So far, hat diese Contestation schon ziemlich gut gemacht, Zack. Well, das wäre die schlimmste Arena so far für die Saints Capo. Mehr space. Mehr baskets. Mehr traps. Es ist ein Biest, all right. Wenn jemand mit dem Flak still entstanden ist, ist diese Contestation. Du, 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 du. Ich mag die Musik hier. Ich auch. Ich mag das, ich mag das ganze Ding hier. Oh Scheiße. Alter, verdammt sich kacke. Oh. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Ist der die HP? Verdammt! Was kommen Sie vor? Ah, sind das zwei? Aber ich muss ja wieder gehen, es muss besser werden. Ich muss noch daswerden. Ich muss wieder zurück. Ich muss zurück. Alter, ich hab ihn leere gedrückt! Oh Scheiße! Wir müssen wieder zurückpullen, glaube ich. Da, wo der eine gerade stand. Oh, wo der Platz ist, ne? Ja... Ja... ...Venedig... Alter, da haut er einmal drauf, dass du lehrt... ...und... Die Handgunnen sind super! Die Handgunnen sind richtig Gold. Ja... ...Wenn du jemanden mit den beiden Flächen noch gehalten... ...das ist dieser Contestant! Wir sehen nicht einen Contestant-dominierten Arena wie dieser oft! Das Ding macht so viel Arbeit von diesen Tarketen! Ich sehe die Presente, Zack! Okay, hier geht's! Und hier kommt der Big Guy! Der Hunter sieht nicht glücklich! Ich hab mich selbst im Klick! Was ist das? Ich hab mich selbst im Granat erwischt! Okay... Oh... Das wird die Blut boilen! Ach, hört doch scheiße! Du Luzi! Komm schon, Bruder! Du Luzi! Du Luzi! Du Luzi! Du Luzi! Du Luzi! Du Luzi! Okay, nein! Der ist jetzt hier! Tritt mal drauf! Du Luzi! Du Luzi! Du Luzi! Du Luzi! Du Luzi! Ich hab noch einen Schuss! Ich hab das Spulich mir wieder vor! Das ist doch ein Zeitraffer! Du Luzi! 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 Okay, hier wir gehen! Und hier kommen die große Leute! Der Hunter sieht nicht glücklich! Nein! 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 Wie viel gerade haben wir draußen die Afrika- Empower? Was? Okay! Der Dicke, noch ein Dicke, Gott. Okay, wo sind die nächsten? Ich glaub, die kommen immer wieder neue. Ja, ja. Was? Alter, der hat mich hier durchgehauen. Okay, dann machen wir so lange bis wir die 7000 haben und ein Rennen durch. Hey, Moment. Sollen wir durch? Ach du Scheiße, wer denn? Wie viele sind denn da? Okay, go. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich hab leer gedrückt, da ist nix mit leer. Ich drück leer, da kommt nix. Muss schießen. Monsterster. Ich bin tot. Ich auch, obwohl ich leer, äh, Link hat, den Monsterster gedrückt. Alter. Was ist denn denn? Krasse Scheiße, wie viele da kommen. Am Anfang stehen da so zwei Mascottchen rum und dann kommen die. Ich lege wieder. Das ist richtig, Bobby, es ist Zeit für eine andere Runde und für Vetscher Genki's Super-Ethical-Regality-Klimax. So far, diese Contestant ist gut gemacht, Zack. Well, das wird die Top-Masterina so far für den Saints-Capel. Mehr Sprecher, mehr Mascott, mehr Trämpfe. Es ist ein Biest, all right. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Hä? Was ist denn? 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 Oh, mehr Geld. Okay. Das ist unglaublich. Wo ist der Junge aus? Ich mag den Big Guy aber nicht. Das was für ein Toh. Das ist убийbar. Was ist das? Egal, Mann. Noch mal. Was ist das dieses Spiel? Das ist für ein Business. Noch einmal. Will ich sag, wir sind in der Trämpfe? Ich muss den was von der Nähe herankommen, damit von dir aus... Okay. Ich werde das auch schief in der Strecke tun. Achso. Wo geht der denn hin? Zu mir. Oh kacke. Dangerous stuff. Hope the contestant brought some marshmallows. People will be talking about this round for a while. Okay, wir haben die 7.000. Oh, Feuer, 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 Feuer. Feuer, Feuer. Und wo bin ich? Let's see how hard our contestant is doing in the ring. Think you can introduce me? Zack, I hope your wife isn't listening. Well, I hope she's not either. Hope she's calling me right now. Müssen die, glaube ich, alle denken, wie wir es mal ausloggen hat. Scheiße. Jetzt geht, pass auf, gleich die Tür auf, wenn ich näher rangehe. Du sollst ja nicht näher ran. Dann hat er da jetzt mal. Das ist immer irgendeiner, das ist immer oder zwei jetzt. Alter. Wir müssen durchrennen. Da kommen wir ja nicht, wir müssen erst rausloggen. Ich klatsche schon einmal ein oder liegen wir in der Ecke. Ja, schon wieder ein. Oh, unsere Zeit läuft ab. Ich bin durch. Nein! Nein! Ich habe auch wieder ausgewichen. Kommst du durch? Klaasos. Alter, wie viel ist denn hier noch? Ach du Scheibes, das ist doch gar nicht Ende. Da geht noch um einiges weiter. Oh Gott, oh Gott. Durchrennen. Geht nicht mehr, ich bin los. Da waren zwei Sekunden. Alter, wir können uns gar nicht so lange daran aufhalten. Wir müssen sofort weiter. Richtig. Ach du Scheiße, wie sollst du das? Was? Wir müssen, wir müssen drei von den Dicken auf einmal töten. Ja, geht ja nicht, wir müssen... Hä? Am besten ist hier schon direkt immer durchzurennen. Gucken, ob er geht. Rennen, 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 rennen. Dann bist du einfach nur durch. Es ist ein Biest, all right. Wenn du jemanden mit den beiden Flächen noch enthalten willst, ist es dieser Contestant. Oh Gott, Strom. Das ist ein Biest. Ja. Nein. Ja. 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 Ja, ich bin so... Durch 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 der ist noch nicht da die dicken Scheiße ich hab keine HP mehr Scheiße du krieg auch keine HP Boah HP sie sind im HP sie sagt bescheid Oh Scheiße Scheiße Hier ist HP Okay Immer noch nicht genug Geld Was? So können wir nicht Doch Doch da Wo ist keiner mehr Huh? Wo sind die denn alle hin? Hier ist ein welcher Es ist ein langer Zeit seit Professor Genkis den Kaliber von Schuhen gesehen Geh raus Geh weiter Ich hab keine Energie mehr zum Sprinten Ich hab keine Energie mehr zum Sprinten Hör auf damit! Ey ich hab nicht mehr viel So der Contestant ist durch die Exit Pfff Schwere Geburt Zum Glück kommen die Dicken jetzt nicht man Die Dicken Ich hab nicht mehr viel